Hallo zusammen, heute vielleicht eine Überraschung für einige, die über diesen Kanal schon länger gucken. Heute mache ich Werbung für Carrera-Autos. Und zwar auch für getunte Carrera-Autos. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich gesagt, dass ich das auf keinen Fall machen würde, weil ein Auto, was ich für 79 Euro kaufe, oder sagen wir mal 70 Euro bei Carrera, und dann noch für 30 Euro Tuning-Teilern, kostet mich das Auto 100 Euro. Und für das Geld kann ich auch einen Revo-Slot, einen NSR, einen Sideway, Slotted, digitalisiert. So, aber jetzt hat sich die Geschichte geändert. Dieses Auto habe ich für 36 Euro gekauft, komplett digitalisiert. Dann habe ich hier noch Alufelgen draufgepackt, ich denke, der Material wert 25 Euro. Und mit den Alufelgen fahren wir natürlich deutlich besser. Ich habe mal ein bisschen Wackel eingebaut, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und bei Slot Fun sind momentan, also ich weiß nicht, ich zeige euch nachher mal, welche Autos alle, alle im Angebot. Also da zahlt ihr irgendwie für einen Evolution-Analogen-Auto 20 Euro. Okay, und für den Digitalis 36, also deswegen, wie ihr sehen könnt, ich habe ja auch noch eine ganze Kiste bestellt. Da sind nochmal Autos drin, ich habe meine DTM-Flotte erweitert, also für den Preis ein völliger Notebrainer. Falls ihr das nicht wusstet, dachte ich, sage ich euch Bescheid. Es gibt noch jede Menge und ja, meine Bestellung kam heute auch an. Gibt es vielleicht auch in anderen Shops, keine Ahnung, aber bei Slot Fun kann ich euch sagen, sind die wahnsinnig günstig und auch eine breite Auswahl an Modellen. Da gibt es die Amis alle irgendwie günstig. Es gibt selbst die Trucks mit den bunten Lichtern und dem Soundsystem für Apfel und ein Ei. Und natürlich GT3-Fahrzeuge. Es gibt auch die Gruppe 5, die ich ja gerne mal in meinem Video gezeigt habe. Die gibt es auch für günstige Geld. Also wollte ich euch nur als Tipp geben, wenn ihr gerade keine Autos sucht oder auch nicht und wollt ein Schnäppchen machen, dann guckt mal bei Slot Fun. Ciao. Und dass ihr seht, dass ich auch keinen Quatsch erzähle, zeige ich euch das jetzt hier einmal direkt im Browser. Also heute habe ich das abgefilmt, Carrera-Webseite, Webshop. Ein Carrera-Digitalauto kostet 79 Euro. Und wenn ihr auf Slot Fun geht und klickt auf Sonderangebote und dann auf Carrera-Digital 132, dann seht ihr, dass es da zum Beispiel den M1 für 30 Euro gibt. Inklusive Digital-Platine. Und die kostet ja normalerweise einzeln schon mehr. Also hier ist der grüne, den ich euch gezeigt habe, für 34,99 Euro. Da gibt es also GT-Modelle, DTR-Modelle, Exoten, Amis, selbst die Ambulanz gibt es für 40 Euro. Also den Porsche habe ich jetzt auch bestellt. Der ist hier in dem Karton drin. Den packe ich nachher in Ruhe aus. Ja. Und wenn ihr eine analoge Bahn habt, dann wird es nochmal günstiger, weil da könnt ihr euch tatsächlich ein Evolution-Modell für 20 Euro kaufen. Also das war für mich kaum vorstellbar, aber tatsächlich geht das irgendwie. Beim nächsten Mal zeige ich euch ein bisschen, was ich mit dem Carreras-Auto angestellt habe. Und ja, lasst ein Abo da, einen Daumen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.